Und in Köln spreche ich jetzt mit Sevin Dadelin von den Linken, Sprecherin für internationale Beziehungen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Frau Dadelin, haben Sie sich gestern gefreut, als Sie gehört haben, dass die Veranstaltung in Gaggenau abgesagt wurde und auch in Köln der türkische Wirtschaftsminister nicht auftreten darf? Na klar, ich fand das begrüßenswert. Und auch wenn Gaggenau und Köln hier wirklich mehr Mut für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gezeigt haben, als die gesamte Bundesregierung, finde ich es doch sehr überfällig, dass die Bundesregierung hier tatsächlich eine politische Entscheidung trifft. Eine politische Entscheidung, weil es rechtlich möglich ist und politisch mehr als geboten ist, diesen Werbefeldzug für die Diktatur, für die Einführung der Todesstrafe hier auf deutschem Boden tatsächlich zu unterbinden für den Staatspräsidenten Erdogan und auch seine Minister. Ich finde, wir als Demokratie dürfen nicht nur einfach zusehen, wie die Demokratie abgeschafft wird und die Diktatur eher errichtet wird. Auch, weil es natürlich auch eine Gefahr ist, wenn man diese Feinde der Demokratie und Freunde der Diktatur hier gewähren lässt in Deutschland, laufen wir Gefahr, dass eine ganze Generation türkischstämmiger Mitbürgerinnen und Mitbürger hier von dieser Propaganda vergiftet wird. Aber was sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach denn konkret tun? Der Handlungsspielraum ist ja relativ gering. Das stimmt nicht. Das ist der Spin, den die Bundesregierung hier setzt. Wir haben eine ganz klare Rechtsprechung. Wir haben ganz klare gesetzliche Regelungen, beispielsweise den Paragraf 47 des Aufenthaltsgesetzes, was die politische Betätigung von Ausländern in Deutschland regelt. Da ist es ganz klar, dass man natürlich auch, was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier ist, kann man natürlich auch hier diese Betätigung untersagen. Und das Zweite ist, wir haben ein Oberverwaltungsgerichtsurteil von NRW, OVG Münster, bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht, was auch noch einmal ganz klar im Sommer 2016 gemacht hat, nämlich, dass ausländische Staatsoberhäupter und ihre Regierungsmitglieder keinen Anspruch als Hoheitsträger auf die Grundrechte unserer Verfassung haben, weil unsere Grundrechte, Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind. Und zweitens, dass ausländische Staatsoberhäupter, wenn sie hier politisch, öffentlich sich betätigen, dass das eine Sache der Außenpolitik ist und damit natürlich auch eine Sache der Bundesregierung, darüber zu entscheiden, ob und unter welchen Rahmenbedingungen diese Propagandaauftritte, Wahlkampfauftritte stattfinden können. Und ich muss hinzufügen, es war ja die Bundeskanzlerin Merkel, die die Tür zu dieser ganzen Propagandamöglichkeiten auch eröffnet hat. Sie hat es möglich gemacht, dass diese Wahlen auch hier stattfinden können und damit natürlich auch die Büchse der Pandora geöffnet, dass diese Leute, Erdogan und seine Minister, hier für ihre Todesstrafen, Einführung und ihre Repressionspolitik hier werben können. Aber muss man solche Auftritte in einem Rechtsstaat wie Deutschland nicht einfach aushalten können? Also ich finde das wirklich bemerkenswert, wenn hier die Feinde der Demokratie, wie der türkische Justizminister oder auch der türkische Außenminister jetzt die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit für sich beanspruchen. Wenn man sich mal den Zustand in der Türkei anschaut mit Deniz Yücel, einem deutschen Journalisten, der jetzt eingekerkert wurde, sind 155 Journalisten in Haft. Viele Monate lang schon ohne Anklage, ohne dass sie irgendwie mal einen Prozess gesehen haben. Bis zu fünf Jahre Untersuchungshaft ist möglich. Zehntausende Menschen sind massenweise entlassen worden, sind verhaftet worden. Die Opposition sitzt im Gefängnis und kann eben für dieses Referendum nicht für ein Nein werben. Also ich finde das wirklich schon makaber. Und man sieht ja auch an den Reaktionen, die Reaktionen sind sehr laut, sie sind harsch. Wenn man sich die Worte des Außenministers anschaut, dann ist das die Sprache der Mafia mit Einschüchterung und Drohgebärden. Und deshalb dürfen wir wirklich keinen Millimeter hier zurückschrecken, sondern müssen gegenhalten, weil das ein ganz kritischer Moment ist im Moment. Wenn wir hier nachgeben, dann werden Erdogan und die Minister für ihr eigenes Publikum sich ermutigt sehen und sich gestärkt fühlen und sagen, seht her, die Bundesregierung, Deutschland muss hier nachgeben. Wir können dort unseren Werbefeldzug weiter fortführen. Und deshalb finde ich, als Demokratie haben wir auch die Pflicht, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat, unsere Grund- und Menschenrechte zu verteidigen gegen die Feinde der Demokratie und nicht zuzusehen, dass hier Deutschland zu einer, ja, man kann schon sagen, Propaganda-Arena für diesen Werbefeldzug von Erdogan und seinen Ministern wird. Also da hört auch die Freundschaft auf. Das hat auch nichts mit Dialog und Zusammenarbeit zu tun. Ich bin für einen Dialog, aber dagegen, dass Deutschland zu einer Wahl-Arena für die Errichtung einer Diktatur wird. Sagt Servine Daddelen von den Linken. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke auch.